Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Runde der Forrest mit einem Smaden Boy. Na hallo. Auf Geschäftsreise oder was hier? Ja klar Digga. Du schaust so dumm aus, du mit der Achse in der Hand. Ich bin bereit für Krieg. Was weißt du? Ich springe nach hinten. Ich schieb sie weg. Oh 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 oh. Warum könnt ihr keinen Anzug haben? Du schaust einfach normal aus. Ja aber warum? Das ist so geil dass du einen Anzug hast. Du weißt warum du nix anderes an hast. mir aufkommt ja genau warum muss mein sohn empführen also du hast ja kann so ein bisschen so ein Billionär die Schrift sieht geil aus und einfach mit Anzug immer dumm ob es ruhig ja Adventure Time Allah schlokt den Anwalt hallo ich bin Anwalt ich bin der rechtsradikale Anwalt Anwalt hallo willkommen ich bin der rechtsradikale Anwalt hallo ein rechtsradikaler Anwalt das ist mit der Titel der rechtsradikale Anwalt diese Anwälte schwimmen normal ich mach Delfinmodus und ich kann den Unterverlob ob sie sagen hast du eigentlich warst du einmal in einem Schwimmkurs noch als du nur klar warst noch ich schon das war ich ein Delfin einfach ein Delfin cool cool gell cool gell Hände hoch Hände hoch das Füge und an dir das war sie Hände hoch wo bauen wir unsere Base haben sie sie auch sein Magazin von mir und meinem Sohn gekauft ich hasse sie und du schießt furcht wie viel erst damit die irgendwer findet hallo 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 die Schuhe du machst du die Schuhe du bist jetzt da siehst du die Schuhe von dir ja das ist so elekant das sind so viele lange spitze Schuhe das sind Mordwaffen du findest mich nie Dad 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 Alter deine Augen Alter wo gehen wir hin weg vielleicht geral du weg 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 wot die hab die andere pf Wo ist wer was 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 ist denn da? Was ist denn? Ich tue das was in real life. Cool. Ich seh das nämlich olle nicht, weil ich nicht da bin. Ich seh das. Hast du das next thing? War das vor mir? Ja. Na, wir next thing. Ich so guck, dass du da eine rennst. Na, hör an, Volt. Ey, sie haben auch so ein Buch gekauft. Warum schaust du nur für Timia? Das ist ein bisschen gruselig. Bist du mein Rechtsanwalt? Ich meine, mein rechtsradikaler Anwalt? Ja. Ich baue ein Haus. Ich baue ein Haus. Warum hast du es weg? Ja, what? Ich baue es noch hecken. Das ist nicht hecken, ich schwör. Easy. Ich glaube da schon mal auf. Du nütel. Oder wie soll man da auch Treppen? Treppe, das ist so richtig perfekt. Lulus, die Treppe. Easy, bester Weg. Easy. Oh no. What do you do? What do you do, huh? Oh shit, I can't get this. What do you do? Ah, what is the wall? Oh, you're a Flavina. I'm going to get drunk today. Echtes? Ja. Okay. Nächstes Mal was ist. Es gibt kein nächstes Mal. Du, 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 du. Machst du mal. Ich mach die Treppe. Ich hab meine Treppen bauen. What the fuck? Das ist das beste Häuser heute. Christian. Ich will nicht mehr leben. Du kannst mich noch aufhalten. Oh. Hilfe. Hilfe. Ich sehe doch, wie du auch nicht freust. Christian. Ich will nur nicht auch nicht freuen. Hilfe. Okay. Okay. Ah. Lang lebe. Der König. Das ist so einer. Warum? Mathe. Aber. Easy. Ich will die da was hibauen. Kannst du aus dem Weg gehen vielleicht. Der will doch rennen. Der will doch rennen. Mir doch egal. Ja. Ich kann doch rennen. Oh Gott. Alter, die ist aus. Dreh. Es tut mal los. Was? Geh mal einig. Geh mal einig einig. Geh mal einig einig. Geh mal einig einig. Ja, was? Ich hoffe, wie es soll nicht mehr wohnen. Geh mal einig einig. Es ist die sogenannte Treppe zum Himmel. Es funktioniert einfach. Was? Hilfe! Nicht schon wieder. Ja, ich soll hoch. Nein, ehrlich. Ich hänge fest. Ähm, das sah schon nicht mehr so ganz gut aus. Nein, das geht so. Warte, bleib doch drin. Ja. Bleib doch drin. Ich möchte das Haus abreißen. Weil keiner braucht's. Hallo? Oh, Pff. Oh, 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 oh. Das stört immer nur. Äh, Ich... Die Treppe, Alter. Ich rutsche auch rein. Ich mache es bis der Haus der Wörter. Das ist richtig weit oben. Ich kann groß. Dann machen wir all on und hin. So bau mein real life. Hol ihn gut weg. Ich kann ihn aber auch. Okay, und jetzt Treppe. Das ist so dumm. Ja. Wirst du das Haus mal verkaufen? Hier. Na, das Haus, das ist so unten. Wirst du das mal verkaufen zu irgendwem. Wirst du schon Käufer? Welchen? Der Grandel. Und das jetzt funktioniert, ich schwör. Die Wüsten da oben kennen. Ja. Mein Kampf. 3 Jump. Ich häng schon wieder fest. Was ist jetzt der Schrotter aus? Warte, du. Ich habe eine Idee. Hast du eine Idee, wie du mich da rauskriegst? Oh Gott. Ja, das hat es gelöst. Das habe ich gefallen. Ja. Was hast du da? Was hast du da? Wo ist denn die Scheiße denn, Alter? Was hast du da? Liegst du da? So, jetzt habe ich es. Dein Rutter gefangen ist. Was siehst du da? Alles klar. Du mit Minecraft oder was? Hey Leute, willkommen zu Minecraft. Mindjump. Ähm. Ich stecke jetzt so fest. Eskalieren. Feuerwerk. Aua. Ich habe eine Lösung für dich. So funktioniert das. Willkommen zu Minecraft. Ich habe eine Lösung für dich. So funktioniert das. Weiter. Ich habe viel Minecraft weiter am Spielen. Was kommt denn denn auf? Um die Ecken. Ich mache jetzt kurz kaputt. Ja warte, benutzt TNT. Ich hilft da. Ich habe das Gefühl, es wird nicht kaputt. Es wird ja kaputt. Au. So. Und dann tausend Jahre, wenn du es TNT hindust. Oh Gott. Ich möchte jetzt ausprobieren, bitte. Ich. Geht du was? Alter. Wo bist du? Mir hat es auch gekaut. Mir hat es bis zu meinem Haus auch gekaut. Was hat es gelöst? Wow. Was? Du hast so jung. Was? Du hast geschnorgen, Alter. Mann, bei so einem schönen Haus. Ich bin so lustig, damit das funktioniert, Alter. Das ist traurig. Jetzt muss ich den scheiß Sprung nochmal schaffen, Alter. Wir kommen zum... Schon wieder. Alter, zum Glück rettet uns, ne? Das war halt so cool. Daher war einfach so Rettungsteamherkommun. Und die Seng, der ist so. Wenn die Sägen da... Die Sägen denken. Oh, der hat ein Vielzeiter nachkommt. Und zu zweit. Der hat ein Vielzeiter nachkommt. Zu zweit. Der hat ein Vielzeiter nachkommt. Ich bringe aber auch weh. Wie sie es schon ist. Ich hab das mit Buch. Morgen, danke. Lass dich einfach da liegen. Lass dich einfach da liegen. Wissen wir mal. Oh, war auch nicht. Ja. Okay. Warte, schau grad nach oben. Warte mal. Und funktioniert die Treppen nicht. Als ob du nur an Treppen wohnst. Wieso? Ich seh die Treppen. Jetzt sehst du die Treppen. Na? Doch da oben. Ja, da oben. Sie sind echt jetzt. Hier sind 10. Warte, das bleibt da unten. Ich bin eine Assassine in Assassin's Creed. So schaut das aus. So schaut das aus. Wie schaut das aus? Schaut doch, Alter. Mocht das auch. Ich brauch das für die Views. Das schaut so episch aus, das Haus. Ja. Das ist ein Screen, Alter. Ja, geil. Füße Fleisch. Frisch beim IG. Jetzt warte, warte. Jetzt. Assassin's Creed. Was tun wir mit unserem Leben, Alter? 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 Was tun wir denn für Schullerner? Na? Ja, Schuhl gibt's ja auch noch. Ich mag das auf die Scheißhause ein, weil ich mag das auf den nur Hechers bauen. In der Herzen? Ja. Ich hoffe, dass du das mal ganz schnell gelöst. Du hast dich mal weg. Was ist das jetzt hier nicht, Mann? Wie war's denn? Das ist auf jeden Fall irgendwas. Irgendwas ist... Achso, die Plattform. Nice. Ja gut, Alter. Handarbeit. Das ist doch an dir. Komm, das muss doch kaputt gehen. Ich probier das jetzt an. Ich weiß, wie ich das schaue. Wo ist das jetzt hin? Ah, da ist es. Da ganz unten. Ja. Hier hängt es jetzt hin. Du hältst dich grad so mit beiden Händen so am Körper. Oh, oh. Schlagen, Kerl. Au. Der hat wohl ins Gesicht gespürt, Alter. Das ist lustig. Sexual Harassment. Kann ich nicht... Hilfe. Oh. Perfekt. Tschüss. Tschüss. Plattform. Ich bin ganz unten gefallen. Oh, bist du? Äh, ja ganz unten grad. Hallo. Kann ich das vielleicht mal bauen? Hallo. Hier kommen die Treppen immer auf. Was baust du einfach? Ich hab eine Idee. Ich hab studiert. Survivalologie. Ja genau. Du hast ein Buch geschrieben. Überleben für dumme. Das hast du gelesen. Das hab ich mit. Das hab ich für den Timmy gekauft. Alter, gib da. Ich bin der krasseste Stunter, den es gibt. Schau ja. Boah, ich krieg grad nicht. Warum funktioniert das jetzt ja direkt? Komm grad nicht. Ich bin der krasseste Stunter, den es gibt. Bist du her? Oder bist du ja? Ja! Easy! Wir haben von Deutsch... ...eine Treppen. ...eine Treppen. Alles easy. Kannst du lesen? Scheiße, sag mal aus, kannst du nicht lesen, nirgends. Jetzt kommen immer die Treppen auf. Die sind so schwacken, Alter. Hat doch mal können. Mit den Minecraft-Skills, der magler, Leute. Ach, Mori. Ihr habt nix klärt. Ihr kennt in den Schuhe ist. Alles, ich glaube, muss man da jetzt in die Ecken springen, oder was? Ich hab mir so was Hip-Haut, dass wir uns warm häuten. Na, ich fahre auch mit! Ja. Oh Gott. Das wird uns warm häuten. Ey, wieso ich da vorbeikäme? Wieso da vorbeikäme? Boah! Ich fahre schon wieder, Mori. Dann könnte ich spät sie nochmal. Kann sein, warum so zart wie sie? Christian? Ja? Wo? Also, ich weiß nicht, wie Treppen funktionieren. Aber für was dann die... Für was dann die Stempen da drüben? Hilfe! Komm doch mal die Treppen auf! Die Treppen sind ganz groß. Also... Ich hab da was oben hin gebaut, dass uns schnell warm holen. Ist schnell warm. Ich sehe grad die Aufnahmezeit ist aus. Was? Alter! Was tun wir mit unserem Leben? Na gut, ich hoffe es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.